Leute, willkommen zurück zu EU-Gegamaster. Ich weiß, ich habe jetzt wieder länger nichts mehr hochgeladen, es tut mir auch leid, aber generell es tut mir auch leid, ich habe jetzt fast drei Wochen kein Video hochgeladen und einfach das, den ganzen September, das im Dezember, Leute, ich wollte eigentlich im Dezember wirklich ein bisschen mehr Videos hochladen, auch von den Chefkunden und so, jetzt hat es leider nicht so ganz geklappt, also ich habe leider ein bisschen zu hauen, aber ich hatte auch nicht so viele Ideen, also ich hatte nicht so viele Ideen, also ich hatte nicht so viele Ideen, was ich mache, aber Leute, wenn dieses Video online kommt, ich nehme das Video am Abend auf, also im einen 20. an dem Abend davor, aber wenn dieses Video online kommen wird, dann ist es in zwei Tagen Weihnachten, dann ist es in zwei Tagen, ihr das Video seht, bis Weihnachten, wir müssen es noch einen Tag mehr, aber für euch sind es nur noch zwei Tage bis Weihnachten, und ich dachte mir, wir werden einfach mal Kunsch umoperieren, also wir machen es so, wir werden Kunsch, also wir werden Kunsch lieb machen, wir werden ihm einfach ein neues Herz, wir werden ihm ein neues Herz einoperieren und hoffen, dass er lieb wird, dass er Weihnachten nicht so schlimm ist, weil er hat, er hat dieses Jahr im Plan gemacht, Weihnachten zu sich, dann, ja und deswegen dachte ich mir, ich lade es kurz, aber nach dem Video hoch, wo ich halt auch versuche, ihn umzuoperieren, das ist halt ein Liebesherz, anzusetzen, dass er dieses Jahr lieb wird und friedlich, und friedlich mit uns Weihnachten sein kann, also echt, das wäre doch ein Traum, das wäre doch einfach nur traumhaft, oder Leute, ja, ich weiß, also, deswegen dachte ich mir, ich werde jetzt einfach Kunsch, wie auch sonst, wie auch schon letztes Jahr und vor zwei Jahren eine neue Falle locken, und ja, dann, also, ich werde Kunsch in eine Falle locken, da werde ich ihm ein neues Herz überein, hoffentlich mit Erfolg, ich hoffe, dass es mit dem neuen Herz klappt, und ich hoffe, dass Kunsch dann geliebt wird, und Weihnachten dieses ja nicht zerstören will, also, dann rufen wir mal Kunsch an, so, bitte, bitte lass es klingeln, bitte lass ihn nicht schlafen, bitte, 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 Kunsch, bitte, das klingelt immer noch, das klingelt immer noch, bitte Kunsch, geh rein, geh rein, Hallo, Kunsch, hallo, was willst du, ja, ich weiß, Kunsch, du, du willst Weihnachten zerstören, ich weiß, ja, du bist Psycho, Kunsch, ich weiß, du bist deswegen Weihnachten zerstören, aber, Kunsch, ich wollte, ich wollte dich einladen, ich wollte, ja, was ich wollte, also, ihr lasst mich ausreden, ich wollte gerade erklären, was ich von dir will, Und, ja, ich wollte dir bei dem Plan helfen, Weihnachten zerstören, ich will dir etwas geben, dass der, dass der, dass es dir um einiges leicht gemacht, Weihnachten, zusammen mit Phantom und Elf und dich helfen, allen zu zerstören, deswegen, komm einfach morgen, komm morgen, morgen früh bei mir vorbei, Kunsch, okay? Ja, okay, mach dir was heute, Kunsch, danke, danke, Kunsch, wir sehen uns morgen früh bei mir, ich hasse Weihnachten auch, ich bin, ich bin dafür, Leute, dass allein da oben da und die Züge warst, Weihnachten genauso, genauso wie du, Kunji, Ja, auf jeden Fall, du kommst, kommst morgen zu mir, das freut mich doch zu hören, dann, gut, Kunsch, bis morgen, ne, bis morgen, mein Gott, das war auflegen, oh mein Gott, das hat, das hat besser geklappt, als der Wartekunsch, um den Finger zu wickeln, der glaubt uns das einfach auch, kommt morgen zu uns, Alter, ja, geil, man, ich hab's geschafft, Leute, ey, lassen wir da oben dann abonnierst den Kanal, Leute, ich bin krass, ich hoffe, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich bin der krasseste, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, gleich, Gleich ist es soweit, gleich kommt der Kunsch, Leute, ich hab, ich hab jetzt alles vorbereitet, das neue Herz liegt schon auf dem Tisch, also auf dem, ja, doch, das hab ich hier auf diesen Tisch gelegt, weil ich es dann direkt griffbereit hab, wenn ich der Kunsch gleich in die Falle locken sollte, Leute, oh mein Gott, mein Herz rast, ich hab so Herzrasen einfach, oh mein Gott, ich bereite ein bisschen gestern darauf vor, aber trotzdem, ich bin immer, ich bin immer einfach trotzdem noch nervös, Leute, oh mein Gott, ich muss jetzt mal runterkommen, Leute, jetzt alle noch mal ein Abo und ein Like auf diesem Video, ich bin so unfassbar aufgeregt, aber ich glaube, ich höre nicht schon, oh mein Gott, Leute, Kunsch kommt. So, dann schauen wir mal, was ein Video da hat und was du nicht mehr auf dem Eindruck nicht besser durchdauen kann. So, glaube ich, ich spreche seit gestern, aber heute ist das ein Autoflick, so, aber glaub's halt. Komm rein, Kunsch. So, nee, zeig her, was hast du geplant. Kunsch, nur Geduld, alles in seiner Zeit, du weißt es doch, Kunsch, komm, komm erstmal nach vorne, setz dich hin, weil, weil ich mach einfach, was du willst, ich will dich hier zu Hause. Ja, setz am besten, ich vorschlagen, da setz dich erstmal hin, da trinkst du irgendwas. Ähm, okay, aber nein, es ist so, ich will Weihnachten unbedickt, ich will Weihnachten so kaputt machen. Ja, ja, ich weiß, Kunsch, mein Gott, Leute, der Plan geht auf. Kunsch, komm nur ein bisschen nach vorne, Leute, gleich, wenn ich mich nach vorne komme, dann kann ich den K.O. schlagen, dann werde ich ihn an den Operationssicht legen, Leute, nein, der Plan, das klappt. Kunsch, komm nach vorne und jetzt drei, zwei, eins, mein Gott, das ist K.O., das ist K.O. So, Leute, ihr seht mich, oder? Ich hoffe jetzt, hier, dass man mich sehen kann, weil ich auch gut hören kann, weil das ist das Wichtigste, Leute, hier, seht ihr, hier habe ich das neue Herz für den Kunsch, das werde ich ihm gleich hier, werde ich ihm gleich hier einpflanzen oder halt so einoperieren, wie man das jetzt nennen mag. Aber Leute, ich würde sagen, ja, bevor das passiert, müssen wir hier, also an der Stelle, wo es aktuell noch sein böses Herz ist, müssen wir einen Schnitt machen, also, wenn wir halt das böse Herz rauskommen und das Gute einsetzen können, das ist sehr klar. So, Kunsch, so, was sind denn hier die Messer, also unter dem Kopf ist schon mal nix. Kunsch, ja, warte, ich habe hier was, so, da mit, ja, mit diesem, dem Teil hier, so, dieses, weil ich es dann härt, also, halt die Stelle, diese Stelle auch gut aufschneiden könnt, so, hier, und zwar sich hier entlang schneiden, wir wollen Kunsch ja nicht verletzen, deswegen habe ich aber echt ein kleines Messer, obwohl, mit dem großen Messer habe ich dann eigentlich nicht verletzt, weil, wie gesagt, ich will Kunsch ja lieb machen und nicht ihm irgendwie wehtun, oder so, deswegen hier ein kleiner Schnitt, so, und hier dann auch ganz vorsichtig, so, einen kleinen, kleinen Schnitt hier hin machen, aber hier muss ich ein bisschen mehr schneiden, ich weiß, ich muss auch das Herz, das böse Herzverkund, muss ich jetzt hier ganz vorsichtig rausnehmen, so, muss ich einmal komplett das wegschneiden, so, jetzt, ganz vorsichtig, jetzt muss ich mich konzentrieren, Leute, jetzt muss ich ganz vorsichtig irgendwie versuchen, da ist bloß hier jetzt einen Kunde rauszuzuchen, ich glaube, dafür muss ich mich hinsetzen, oder? ich glaube, weil ich glaube, ich nicht schaue, was ich wünsche, dass es besser ist, ich schaffe das ein bisschen besser, Leute, so, ich wollte ganz vorsichtig rausreißen, damit nichts schief geht, oder? Ne, rausreißen nicht, also ganz vorsichtig rausgehen, weil wenn ich rausreißen, dann, dann könnte was sich schief gehen, dann wäre Kunsch ja wirklich nicht mehr unter uns, okay, letzt, drei, zwei, eins, okay, jetzt ist es raus, ich lade jetzt, jetzt kann der Plan nichts mehr am Nächsten, jetzt kann, jetzt müssen wir dieses, dieses Herz hier, müssen wir jetzt einen Kunsch einsetzen, oh mein Gott, Kunsch, bist du bereit für ein liebevolles und ein gutes Weihnachtsfest, ich sage, sage ich nochmal, Kunsch, bist du bereit, Weihnachten dieses Jahr lieb zu überbringen, ohne jetzt zu zerstören, sogar noch die Geschenke zu klauen, oder ich bin sogar halb dieses Jahr, hab mir endlich ein gutes Weihnachtsfest, Leute, lasst einen Daumen nach oben und einen Like da, abonniert auch mal so, oh, und abonniert auch mal so, ich bin auch nochmal hyped, Kunsch, bald, also was heißt, jetzt gleich, wirst du endlich ein lieber Kunsch, gleich wirst du endlich nicht mehr böse Kunsch, das ist voll krass, Alter, okay, jetzt, muss ich das Herz, muss ich das, muss ich jetzt eben rein drücken, Leute, seid ihr bereit, Kunsch, du bist, äh, Kunsch, ich weiß, du bist nicht bereit, aber das heißt, ich will, dann klappt mir Kunsch, gleich, gleich, gleich wirst du lieb sein, gleich wirst du ein ganz Lieber sein, okay, Leute, und, okay, ich, Achtung Kunsch, ich hätte jetzt von 500, ich hätte jetzt von 500, dann werde ich dir dieses Herz, ja, in die Brust drücken, also, da, wo dein vorheriges Herz war, wir müssen es beeilen, weil ich, na gut, scheiße, Leute, der Pulsch von Kunsch geht runter, okay, jetzt, Leute, also, fünf, vier, drei, zwei, eins, in die Brust, oh, was ist das Ganze eigentlich drückt, okay, hört, jetzt, jetzt, jetzt muss ich dich, ich muss, ich muss irgendwas rein machen, ich muss das jetzt füllen, dass das Herz später nicht raus fliegt, hört, hört, ich bin so aufgeregt, bitte, 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 es darf nichts schief gehen jetzt, durchatmen, tief durchatmen, hört, Kunsch, das ist okay, ich stelle es jetzt mit Kunsch, Kunsch, hör auf, scheiße, ich glaube, ich habe keinen Puls mehr, Kunsch, hallo, Kunsch, lebst du noch, Kunsch, Kunsch, scheiße, sag, bitte, es ist das, was ich denke, Kunsch, bitte, Kunsch, Kunsch, hallo, Kunsch, ja, weiß auch, Leute, es hat geklappt, Kunsch, Kunsch ist lieb, Kunsch ist aufgewacht, Boah, echt ein Glück, Kunsch, ein Glück, bist du aufgewacht, ich hätte jetzt echt todes Angst um sein Leben, ich dachte, du wärst so gut, mein Gott, Kunsch, es hat geklappt, Kunsch ist lieb geworden, Leute, da ist alle einen fetten Daumen da, jetzt wirst du eigentlich bis danach gefallen, Leute, Kunsch, Leute, ja, Kunsch, die Leute, guck dir mich an, er ist einfach lieb, Kunsch ist lieb geworden, oh mein Gott, echt, ich kann es einfach immer noch nicht fassen, ich bin, ich bin immer noch fassungslos, es hat einfach geklappt, Leute, es hat, ich hätte selber niemals gedacht, dass es klappt, dass ich jetzt überhaupt niemals habe, mir den Kunsch lieb zu bekommen, aber Leute, seht her, ich habe es geschafft, ich habe es einfach geschafft, Leute, daumen hoch, dafür wirklich, oh, wirklich, ich will euch so gut hören, ich will dich, ich will dich, ich weiß, Kunsch, okay, ich gebe uns was zu trinken, okay, Kunsch, jetzt zu, wollen wir einfach, wollen wir einfach feiern, dass du lieb bist, ja, oder was ich sage, Leute, Oh, ich will dich, oh, ich will dich, wenn du dich, wenn du dich, du dich überhaupt nicht